moin zusammen jetzt wieder der habe heute wieder ls 17 entschuldigung auf der porta ja ich hab mir im letzten teil ja ein dieselfast gekauft in quietschgelb und mit dem möchte ich jetzt meinen bisher produzierten diesel abholen das ich schon mal auf dem hof nach tanken kann und richtig erwischt aber jetzt noch nicht so aber jetzt und da kommen wir gleich mal eine kleine kuh über karte machen hier ja lass uns mal hier dann fangen hier gibt es gar keine ampel hier waren doch früher mal ampel bist du noch jetzt ist hier nur stopp schild hier zum amt gericht zur bahnerei behalten muss das gartenzentrum sein biergarten da kommen wir das bier verkaufen ist auch noch so geblieben wie früher ob ich jetzt wohl ohne karte dahin finden will so ich fahr jetzt einfach mal hier ab das ist das hier dann wohl das war sie jetzt mal da geht zum obsthof am obsthof habe ich auch noch gar nicht geguckt da möchte ich auch gerne mal da will ich da will ich doch mal vorbeigehen also obst würde mich jetzt doch schon mal interessieren also ob es los geht So, da stehen Schilder, Obsthof, Obsthof. Ich fahre mal spontan geradeaus. Oder es gibt zwei Obsthöfe, eine links und eine rechts. Ah, da fehlen Bäume, hier ist sicher Obsthof, hier ist Obsthof. Ich packe hier mal an der Seite, gehen wir mal zu Fuß hoch. Warnblinker an. Wieso zeigt er eigentlich den Warnblinker nicht an? Giants, eure Standardträcker zeigen nicht, dass Warnblinklicht an. Jupp. Kompost, Kirschen, Torf. Ach, das ist für Kirschen, Torf und Kompost. Und das ist für Flometor und Torf und Kompost. Also die Fensterläden, die würde ich abreißen, würde ich hier wohnen. Ah, hier sind die Kirschen. Ach, und hier wird das Obst abgeholt. Vermute ich mal ganz stark. Torf, Kompost und ich nehme mal an, was soll ich hier sehen, auch irgendwo was. Und das Wasser steht hier gar nicht. Brennerei, zweimal. Kraftfutter, Kirschen, Kirschen. Torf, Kompost, Wasser. Und das ist die Floam-Farm. Ja gut, das ist dann ein einzelner Torf, Kompost, Wasser und Floam. Ah ja gut. So, und jetzt geht's weiter. Diesel-Hung. So, ihr werdet jetzt folgen, dass ich ja ohne Karte hinfahre, wenn das mal gut geht. Offenbar ist die Industrie hier irgendwo ausgeschildert. Pferderuf. Ups. Jetzt ist der Pferderuf. Hat er ja herrlich angelegt, ne? Da gibt's ja nichts, ne? Der W. Da gibt's echt nichts. Ja, ja, ja. Was heißt hier denn? Garnelen, ach nee, Karotten. Und Salat. Was hast du denn für ein Problem? Was hast du denn für ein Problem? Du heißt ab sofort Besser und Sommer. Ey, Abraba oder was? Kuraten, 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 Kuraten. Klingt ja irgendwie aggressiv. Weg hier, weg hier, weg hier. Nee, das klingt nicht gut. So, weiter geht's. Warum müssen diese Brücken hier so steil sein? Das verstehe ich nicht. Das ist das einzige, was mir an der Karte nicht gefällt, die steilen Brücken. Aber, es wird sich ja einen Grund haben, den ich nicht beguteln kann und besser machen kann ich es auch nicht. Man soll ja nicht nirgeln, wenn man es selbst nicht besser machen kann. Wow. Okay. Okay. So, kann ich abwürfen. Oh, diese Windkraftflieder, die machen auch ja Krach, ne? Ich sage... Hey, ich habe einen Blink. Ich glaube, ich muss jetzt gucken, auf welche Karte ich bin. So. In Südhaven und wollte ich das erste Mal hier den Sprit aufnehmen, ja, und habe mich dann beim Tanken ruiniert. Ja, sie kommen. Oh, jetzt haben wir schon 8.000 und etwas. Für mich reicht das denn für ein paar Tage? Das war's. Und Sonnenblumen, Raps und Dingsnuss wir dann neu anpflanzen, als nächstes. Aber ich glaube, das werde ich jetzt machen, nachdem ich mit dem Gras durch bin. So. 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 Ich wunderte manchmal, wie gut man sich noch aufschnittet auf der Karte. Hier haben wir auf der Zerbote schon ein paar Stündchen verbracht. Wie spät ist das denn jetzt? 15.11 Uhr. In Gangway nicht. 15.11 Uhr. Das finde ich auch geil, die jetzt auf dem Transformator Häuschen, die... ...da fieke ich nicht. Oh! Und dann auch die schön gemachten Grafikis. So, Ruf, wir kommen. Da sind wir. Wir müssen jetzt aber zum anderen Ruf. Jetzt habe ich Blinken wieder gegessen. Na Gott, ich habe es schon dreimal gegessen. So! Da sind wir. Oh, da waren wir. So, jetzt gehe ich mal richtig in der Alarme, dass wir das da hinten abladen müssen. So, ich gehe jetzt mal... Ich mache jetzt... Achtmal... ...du haste wohl nicht alle. So. Ich will nämlich jetzt beim Abtanken hier nicht auf die Schnauze fahren. Kein Träger hier. Nein. Doch, er pläts ab Gott sei Dank, ich dachte gerade er nimmt auf, ich hab gerade zum Entsatz auf mein Konto geguckt. Gott sei Dank. Wo stelle ich den Kollegen denn jetzt ab? Also hier in dieser Halle ist zu klein, das geht nicht. Dann kommt er da hinten rein. Bei den Hängern, da kann der auch gut stehen. Oh, fettig. wenn ich ja jetzt in stadt zeigt er mir das genug an 86 prozent immerhin da komme ich die ganze weile mit wo sind das dann der flieger wir haben auch torf kompost dünger und satt also alles klar ach die tür ja hier wird zu stehen so leute wenn ich mal in panik über römer brennen sollte weil ich mein transporter für dünger nicht finde er steht hier kann man du fand oder brachte hinter der wand hängen so das war's für heute meine lieben für diese sitzung der tag ist so fast von 15 18 wir machen natürlich noch weiter unterbinden das warte mal sollte die see maschine nicht hier hinten stehen ja die see maschine hier können die see maschine stehen ich weiß noch nicht die see maschinen stehen hier nachher nicht hier kommt bei ente maschinen weiß ich auch noch nicht ja so und wenn ihr wissen wollt was macht der harm wird noch haben als nächstes oder ich wünsche euch was bis dahin bin